Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 9. November. Heute haben wir praktischerweise auch die Folge 911. Ja, dabei ist heute iPhone 12, Android, Messenger und ein Datenleak. Beginnen tun wir mit Apple, die haben eine neue Webseite herausgebracht. Und dort kann man das iPhone 12 mit einem Case und einem MagSafe Wallet ausstatten und sich das dann angucken. Sprich, ihr wählt das iPhone aus, irgendein Modell hier Pro, normal, whatever. Dann könnt ihr die Farbe logischerweise auswählen und dann sucht ihr das Case aus, das Silicon Case in der entsprechenden Farbe und am Ende noch ein Wallet, was draufkommt. Ja, und dann wisst ihr, wie das irgendwie aussieht. Und schöne Spielerei, kann vielleicht dem einen oder anderen die Entscheidungsfindung abnehmen und das Ganze könnt ihr natürlich hinterher auch mit Freunden und Familien teilen. Ja, ob die das dann sehen wollen, steht auf einem anderen Blatt. Anderes Thema, Android. Da bekommen einige alte Android-Versionen wohl ab September 2021 Probleme mit einigen Webseiten. Woran liegt das? Das liegt an einem Zertifikat und da gibt es nämlich eins, was am 1. September 2021 abläuft. Das ist in älteren Betriebssystem-Versionen vor Android 7.1.1 enthalten. Mittlerweile gibt es wohl ein neues, das nicht ausläuft. Ja, aber die alten werden durchaus ein Problem haben. Zurzeit laufen über 66% aller Android-Geräte mit einer höheren Version. Das heißt aber im Umkehrschluss fast 34% laufen mit einer alten und ja, die würden sich dann vielleicht wundern und sollten vielleicht mal auf ein neues Android upgraden, wenn das auf dem Gerät geht. Oder gleich dann wahrscheinlich ein neues Gerät holen. Messenger, da ist ja schon länger ein Hin und Her mit der Verschlüsselung. Privatmenschen finden Verschlüsselung super, sie sind super geschützt, Verbrecher finden das auch super und der Staat und die Polizei und so finden das eben nicht so gut, weil sie die Nachrichten nicht abhören, in Anführungsstrichen, können. Und da hat jetzt im EU-Ministeriat ein Prozess begonnen, der dann einen EU-Gesetzgebungsprozess anstoßen wird. Also ist auch nochmal eine Thematik für sich, da stecke ich nicht so drin, aber das ist praktisch der Fortschritt, dass eben wohl die Verschlüsselung dann irgendwie nicht benutzt oder ausgehoben wird. Keine Ahnung, also bis Ende der Woche können EU-Regierungen noch Kommentare abgeben und dann soll das Ganze Ende des Monats zur Vorlage in den Rat der ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und dann wird es halt weitergehen. Wir halten da mal ein Auge drauf und berichten euch gegebenenfalls. Zu guter Letzt noch ein schlimmes Thema. Es gibt wieder einen Datenleak und zwar hat Prestige Software, kennt wahrscheinlich keiner, das sind aber die, die hinter den Hotelbuchungsplattformen stehen, die zum Beispiel Hotels.com, Booking.com und Expedia benutzen. Die haben Millionen von Gästedaten auf Amazon Web Services S3 in der Cloud ungeschützt liegen lassen und diese 10 plus Millionen Logdateien gehen halt zurück bis 2013 und beinhalten Namen, Kreditkartendetails und Reservierungsinformationen. Das Ganze ist bislang noch nicht geklärt, ob die Daten abgerufen wurden von irgendwelchen dunklen Machenschaft habenden Menschen, um es mal so zu sagen, oder ob die halt einfach nicht hier angefasst wurden. Und innerhalb von einem Tag wurden sie dann ja nach Bekanntwerden auch gelöscht oder geschützt. Aber ja, wie lange die da lagen, weiß eben keiner. Das ist schon ein Problem, weil gerade auch mit diesen Daten wie Reservierungsdetails noch zusätzlich ist ja nicht nur, dass man damit halt Kreditkartenbetrug machen kann. Man kann damit ja auch Identitätsbetrug mit durchführen. Ja, also nicht sehr schön und leider wieder einmal mehr eine Information über einen Datenleague, das sehen wir nicht so gerne. Von daher, ja, schützt eure Daten selber so gut wie möglich, aber wenn ihr auf so einem Unternehmen vertraut, tja, dann müsst ihr dem halt vertrauen. Kann man nichts machen. Das war es dann auch schon für heute. Ein ruhiges Wochenende, nicht so viele News. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.